So, meine Damen und Herren, bevor das Video losgeht, eine kleine Vorinformation. Ich habe noch jetzt endlich Zeit gefunden, so ein bisschen Videomaterial aufzuarbeiten. Und hier haben wir tatsächlich jetzt einige Raft-Videos, die jetzt kommen werden. Immer wieder mal, so sporadisch. Die haben wir im Januar aufgezeichnet. Also bitte denkt jetzt nichts Falsches, nur weil das heißt irgendwie, frohes Neues und so weiter. Wir haben das ziemlich am Anfang vom Januar dieses Jahres aufgenommen. Und ja, jetzt wird es ein bisschen verarbeitet. Deswegen viel Spaß beim Raft-Video. Lasst gerne ein Daumchen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und ja, viel Spaß mit der Chaos-Truppe. Hier liegt eine Kiste. Ne, Kunststoff war das. Ach, da ist das Bötchen wieder. Alter, liegt hier Zeug rum. Oh nein, zu früh. Alter. Also wir holen hier richtig viele vom Boden raus, glaube ich. Maximilian, moin, grüß dich. Brauchen wir die Steine eigentlich auch? Ich glaube, wir haben 60 Stück im Lager oder so. Ja, wir brauchen momentan nicht unbedingt Steine. Gut. Ton habe ich hier noch, Alter. Hi, kommt. Oh, meine Küste. Au. Bitte, ich fühlst du alles. Dabei ist der Dark in der Jörg in der Party und der Tenzu. Luft. Au. Hi. Luft. Au. Hi. Schaffst du? Ich habe schon wieder kein Platz, das kann doch nicht wahr sein. Wenn man auftauchen und das ist im Weg. Hi, kommt. Tenzu. Sag mal, tacky, ich sag da wohl schon ausgebrochen, hast du den zweiten Grillis hingebaut? Er macht hier eine Grillecke draus, was? Naja, ihr fuddert mir die Haarefunkung. Nee, alle, wir sammeln auch, wie die Kussi, die großen. Au. Stimmt. Hi, geh weg. Wo sind das Boot? Zufällig hier. Ich habe sechs Plaster, ach, da ist ein Boot. Aber ich habe schon wieder Knast. Hi, hinter dir. Dann geh doch in die Kiste, da ist genug drin. Der frisst unser Boot, Alter, hast du dich ganz zauber? Hat toll. Nicht viel. Jetzt brauche ich auch die Plastik. Aua. Hier, ich mache es mal raus, Plaster. Wo, 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 wo? Planken. Ansonsten nur noch Schrott, Sand. Ja, nee, nee, Pauli, danke. Nein. Kupfer. Alles in die Kiste rein. Zack. Gibt der noch Holz? Gerade aufgebracht. Äh, habe ich ins Lager gepackt, ein paar Planken. Bräuchte ich aber auch noch ein bisschen was. Ich glaube, unser Boot ist soweit fast fertig. Zwei Dinger brauche ich noch. Dann ist unser Boot soweit ready. Nee, was habe ich jetzt gemacht? Ach nee, zwei Plaster noch. Hat jemand Plaster? Müsste in der äußersten Truhe eigentlich die ganze Menge sein. Da hinten sind zwei Plaster, kann ich dir holen, wenn mich da hinten nicht frisst. Äh, nee, muss schon verwendet sein. Aber ich bin positiv optimistisch, dass er mich über ein Knabbert. Du bist auch zum Knabbern da. Ja, aber nicht. Boah, so süß. Au, Rettung. Alarm. Herr Koch, ich habe da noch rohe Zutaten gefunden. Ja, gerne hier in die äh, kleine Kiste. Perfekt, ist drin. Und hier habe ich noch anders Zeug gefunden. Hilfe! Wette irgendwas, ich nicht. Ja, oder irgendwie so ein Piepen, wenn man war. Naja, du weißt auch nicht, was es ist. Ah, Taki baut sich auf, ne? Boah, Mr. Hai bei mir. Oh. Oh. Ähm, ähm. Ich bin, gut, gut vom Boot liege ich. Help me. Da ist er, hi. Ja, Alter, wir brauchen erstmal die Jungs müssen erstmal aufs Boot. Wo seid ihr denn? Ich bin hier, doch. Naja, ich sehe dich, sehe ich. Und ich warte, warte, warte. Da hinten liegt auch einer. Ja, ihr müsst den holen. Nein, da liegt auch einer. Ey, du, da liegt einer. Okay, kannst du mal den Karpfen aus der Hand nehmen und ein bisschen mithelfen? Oh, ey. Ich sehe die Nummer. Das kann doch nicht wahr sein. So, Tenzo liegt im Bett. Super, danke. Wir haben ein Loch am ganzen Boot und da gefiedert es, weißt du. Was soll das? Mach doch mal einer Licht an. Wir brauchen Holz. Ja, ich habe gerade schon eine Planke raufgelegt. Wie jeder um die Grills rumläuft. Boah, es gibt noch eine zu essen. Können wir weiter? Ja, ich glaube, wir können weiter. Wir müssen unser Lagersystem überarbeiten. Das ist nicht gut so. Sag mal, Jörg, was machst du da? Wirst du abheben oder was? Hallo. Wir hatten da schon wieder den Barsch in der Hand. Daki? Ei. Heute frisch oder was? So war, ne? Kann man die Sachen nicht irgendwie abbauen und woanders hinbauen oder so? Warten wir mal? Ja, wir können sie abreißen, aber dann müssen wir sie... Du musst das vorher leer machen. Tschüss, Hensee, es war tödlich mit dir. Wir brauchen Rohstoffe, Männer. Hier, die Richtung ist gut. Hey, hau ab! Ach, da geht's noch weiter. Irgendwann ist schon wieder in das einzige Loch gefallen, was du da hast. Wie kann sowas passieren? Ist da ein Vogel bei uns am Beten? Ja. Können ja den Vogelsche... Scheiß. Vogelscheuche? Vogelscheuche aufkommen. Alles klar, wenn einer da drin steht. Deswegen stehe ich halt die ganze Zeit hier. Vogelscheuche geht... Die Vogelscheuche geht kaputt. Das bringt nicht so viel. Das ist das Material verschwinden. Werner, stell dich mal bitte als Vogelscheuche auf. Danke. Gumm, ich auch, ey. Komm mal, ey. Alter! Joki, Joki, da war's noch. Kann doch nicht wahr sein. Doch. Oh ja. Da kommen wieder Fässer. Jetzt habe ich schon wieder keinen Haken. Das ist doch nicht normal. Ich habe auch keine Rohstoffe dafür. Ich kann nicht helfen. Da ist ein Hi. Marc, grüß dich. Frohes Neues dir auch. Danke dir. Da bei ist schon wieder was. Ich bräuchte noch ein paar Planken, du. Hallo Katze, das ist eine Kerze. Pass auf. Du hast eine Kerze bei dir stehen. Jo. Eine Dreier-Kombo. Hab ich zu Weihnachten bekommen. Planken, kommst du zu mir? Ja, bin hier. Bin hier. Bin hier. Habe sechs Stück. Danke. Ich habe ein Düstchen. Die Rille ist raus. Oh. Kannst du ein Streiches so beruhigen, ne? Hm. Ich habe meine Planken jetzt in den Krieg geschmissen. Wo hast du die hingeschmissen? In den Grill schon. Er läuft wieder. Habt ihr das Loch zugemacht hinten? Ja. Leicht genervt. Ja. Mike, dankeschön für das Gäste an den Markt. Vielen, vielen Dank. Hui. Angeln wir Rohstoffe. Wie kann ich denn Nägel herstellen? Hm. Was schrottt, meine ich? Jo. Schrott, haben wir doch genug da. Oh, alter Jungs, das geht los. Ich bin runtergefallen. Macht nichts. Schwund ist überall. Oh, voll geil. Oh, nee, jetzt fängt er an, wieder hoch hinaus zu bauen. Da brauche ich jetzt aber was anderes, ne? Erhöhter Boden. Holzboden. Braucht mehr Planken. Da gegen sich den großen Fisch. Ja. Hast du ein bisschen Hunger? Ich habe auch Hunger. Gibt es noch einen Barsch? Nee, es gibt keinen. Ja, die Kiste ist voll. Ah, die Kiste ist voll, okay. Ich will eigentlich immer was Frisches vom Grill haben. Ich weiß auch nicht, warum. Alter, da gibt es richtig schmackotastisch. Ja, sag ich ja. Was? Essen? Wo? Was habe ich jetzt gemacht? Oh, das war falsch. Oh ja, das hat richtig was gebracht. Danke, Herr Koch. Ich lege einen wieder zurück. Wer steckt mich im Schraubengottel der Treppe, ne? Komm da raus. Was machst du da? Harry Potter. Ja, Potter. Da ist eine Insel voraus. Rechts hinter uns. Warte mal, dann ist er aber nicht mal voraus, ne? Ich würde sagen, wir sammeln hier erstmal ordentlich ein. Da kommt ja einiges drauf und zu. Hunger hat aus, Pipi. In dieser Reihenfolge vor allem. Ja. Hallo, Fässchen. Wie sinnvoll wäre es eigentlich mal, auf einer Insel mit Bäumen, ein paar Bäume zu fällen? Bin mal so gefragt. Glaub ich, macht Jörg schon. Sehr sinnvoll. Sehr sinnvoll. Sehr sinnvoll. Wieso kann ich das nicht bauen? Ich brauche doch die Säulen dazu, ne? Säule! Naja, es sieht so schlecht nicht aus, aber... Wieso geht das nicht ran hier? Wieso ist eine Zwiebel im Moment? Will mir irgendjemand was sagen? Du hast best... Ja. Vielleicht hast du ja nicht blutet. Ich habe Hunger. Was mache ich denn falsch? Alles. Muss ich noch mehr Säulen bauen? Ehrlich? Geht ja nicht. Ich brauche mehr Nägel. Wo ist denn da gerade Alarm? Party? Bei mir. Hi, na. Alarm. Ach, Plankin. Ah, siehst du... Oh. Siehst du. Hm. Boah, das wird so geil hier oben, ne? Weißt du irgendwas an? Hi. Hi. Hi, hi. Aber die Platte muss repariert werden. Jo, Pinder. Ah, oh mein Fee. Ist repariert. Alter, haben wir jetzt zwei Wasserdinger? Also der Koch hier, ne? Der lohnt sich, also der lohnt sich richtig. Ja, ne? Was gibt es heute? Fisch, 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 Fisch. Es soll euch an nichts mangeln. Das siehste mal. Also wir fahren direkt drauf zu, ne? Voll geil. Das ist nur so hell. Hä? Brauchen wir jetzt schon Gardinen? Ich wollte gerade sagen, ey. Ja. So, Feini. Hast du ein Dino gezähmt? Ne, nicht so ein Feini. Ich hab gleich mal wieder Planken nachgelegt auf dem Troll. Ja, Darki. Ja, gut. Das hört er auch gerne. Aha. Da kommt ein Ei. Hi, 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 hi. Der Haken ist gleich kaputt. Fässchen. Au. Ich fall ins Wasser und werd angefressen. Natürlich. Ich hasse dich, hi. Insel rechts vor uns. Wo denn? Ich sehe keine Insel. Heiner. Nach den Links rausbringe ich auch nicht. Party, bei dir ist eine Kiste. Ja. Hab sie. Verlegten hier. Schrott, nehme ich mit. Alter, kommen wir Zeug an. Insel oder auch noch eine Kiste holen? Mir ist egal, was ihr wollt. Insel. Damit da noch hin kommen. Das springt da hinterher. Nee, 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 nee. Aber rochen. Und was? Da waren rochen. Jochen. Ein, nicht ein Jochen, ein Rochen. Rochen. Ein Rochen. Rochen. Ich koche. Ich hab mal für den Kochen Zaun gebaut, damit ich die ganze Zeit runterfällt. Ich fall nicht runter. Jörg, ich fällt hier mal runter. Aber danke. Sag ich erst mal ausprobieren. Bam. Da ist ein Rochen. Hm. Ich hab mal hier. Ich hab mal hier. Vielen Dank.